Das historische Zentrum von Graz wurde 1999 in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen. Die UNESCO-Welterbe-Konvention ist das bedeutendste völkerrechtlich verbindliche Instrument zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Menschheit. Sie wurde 1972 verabschiedet und von fast allen Staaten der Erde unterzeichnet. Sie beschreibt die Pflichten und Aufgaben der Staaten zum Schutz und Erhaltung der Welterbestätten. Dank der hervorragend erhaltenen Altstadt mit ihrer einmaligen Dachlandschaft und der Festungsanlage auf dem Schlossberg ist Graz ein herausragendes Zeugnis des Wechselspiels der europäischen Geschichte. Graz war im 15. und 16. Jahrhundert habsburgerische Kaiser- und Residenzstadt. Die Baukunst dieser Epoche ist ein einmaliges Beispiel für die Hochblüte der italienischen Renaissance im deutschen Sprachraum. Durch die Verbindung der Naturräume Schlossberg und Stadtpark mit der Altstadt entwickelte sich ein lebendiger Stadttorganismus, der sich heute durch die sensible Einfügung moderner Architektur in das historische Ambiente auszeichnet. Das historische Zentrum der Stadt verlangt einen sorgsamen Umgang mit der wertvollen Bausubstanz, ohne gleichzeitig neue Entwicklungen unmöglich zu machen. Interventionen im Weltkulturerbe müssen daher auf höchstem baukünstlerischem Niveau erfolgen. Ein Beispiel für eine moderne Weiterentwicklung des Stadtbildes stellt das Kunsthaus Graz dar. Den Planern des Projektes, den Londoner Architekten Peter Cook und Colin Fournier, gelang es, ihre innovative Formensprache mit dem historischen Ambiente der ehemaligen Murvorstadt wirkungsvoll zu verbinden. Der ästhetische Dialog zwischen dem neuen biomorphen Gebilde am rechten Murufer und dem Urturm auf dem Grazer Schlossberg schafft ein produktives Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Avantgarde. Die Ostfassade ist als 900 Quadratmeter große Medieninstallation aus Lichtringern konzipiert. Bix, so der Titel der Installation, hinterzieht die gesamte Acrylglashaut in Richtung Mur und Innenstadt und stellt einen urbanen Bildschirm dar, der als Instrument für künstlerische Produktionen dient. Das Kunsthaus Graz ist Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft und entspricht dabei den modernsten museologischen Anforderungen. Der Erhalt der Welterbestätte wird durch einen Managementplan gesichert, der den Umgang mit dem Weltkulturerbe regelt und laufend weiterentwickelt wird. Dabei soll einerseits das Weltkulturerbe für künftige Generationen bewahrt werden, andererseits sollen in einem lebendigen Stadttorganismus neue Entwicklungen möglich bleiben. So kommt es zum Beispiel durch Wohnmöglichkeiten im Stadtzentrum zu einer Revitalisierung der historischen Bausubstanz. Die Welterbestätte in Graz umfasst nicht nur die Altstadt um den Schloss Berg, 2010 erweiterte das Welterbekomitee die bestehende Welterbestätte um das Schloss Eckenberg. Die Eckenberger übten über Jahrhunderte wichtigen Einfluss auf die politische und ökonomische, vor allem aber auf die künstlerische Entwicklung der Stadt aus, wofür ihre Residenz am Stadtrand das bedeutendste Zeugnis darstellt. Entscheidend für die Bedeutung von Schloss Eckenberg als Gesamtkunstwerk ist der Zyklus von 24 Prunkräumen mit dem Planetensaal im Zentrum. Der Erhaltungszustand der Eckenberger Belitage stellt einen besonderen Glücksfall dar. So ist es heute noch möglich, die historischen Räumlichkeiten in original barocker Beleuchtung zu erleben. In den Räumen verbinden sich die Stile des Barock und Rokoko zu einer umtrennbaren künstlerischen Einheit. Vor allem der riesige Zyklus von über 500 Deckengemälden des 17. Jahrhunderts mit seinem überaus komplexen Bildprogramm ist ein bedeutendes künstlerisches Zeugnis für das frühbarocke Weltverständnis. Die Leitidee der Welterbekonvention ist es, herausragende Kultur- und Naturstädten nicht als Eigentum eines einzigen Staates anzusehen. Sie sind vielmehr ideeller Besitz der gesamten Menschheit und daher ist ihr Schutz die Aufgabe der gesamten internationalen Gemeinschaft. Reimsprechend Wirtsch requiert blindfold fals equiert ruft Zeig ruft und sch